Dabei, 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 dabei! Äh, Busfahrer! Da, Motorraumklappe ist aufgegangen da! So, einfach, auf, das Ding! Lolololo, so, was? Hä, wie, wie, was, Motorklappe? Warte mal, äh, ja, jetzt du sagst, ich's auch. Oh Mann, ey, was soll denn das? Ey, du wolltest doch zu! Bin doch nicht blöd! Ja, ja! So was aber auch. Stopp! Ja, da haben sich so zwei junge, heranwachsende Menschen einen Spaß draus gemacht und wollten sich einfach mal so ein bisschen Skateboardsurfing mit dem Bus machen, aber der Schuss ging nach hinten los, wie man ja in diesem Video gesehen hat. Und zwar ging die Busklappe auf. Ja, bei der Mercedes. Citaro. Und der fuhr einfach weiter. Ja, aber macht so'n Scheiß nicht! Das ist, äh, erstmal a, gefährlich und b, äh, ist das sehr, ja, nicht, äh, gut. Also, nein, macht das einfach nicht! Lasst doch so'n Blödsinn einfach mal sein! Jetzt habt ihr ja gesehen, dass das nix bringt, sich mal hinten an der Motorhaube festzuklemmen, weil, öffnet sich ja. Da, also, lasst so'n Blödsinn! Außerdem ist das echt gefährlich. Also, es ist gefährlich für euch, es ist gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer. Nein, kommt nicht auf so'n ne blödsinnige Idee! Lasst das! Ja, alles klar! So, dann werd ich jetzt mal aufstehen, um die Motorhaube hinten zu machen. Gibt's ja nix, ne? So kann ich ja nicht weiterfahren! Das irritiert mich ja! Mann, 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 Mann! Waren wir mal zu, das Ding wieder! Was wird so'n Luftdicht da hinten?! Leute, komm auf Ideen! Unglaublich! Ehrlich! Nee, nee!